Wir sind schlecht, schlecht getroffen. Wollen wir abspringen? Nein, machen wir einfach weiter. Oh, ich hab fast reingekriegt den Heli. Okay, ich steig mit dem Auto Hover und ab. Okay, wir können jetzt schon aussteigen. Machen wir das mal. Ich will gar nicht aussteigen. Na gut. Aber wir können nicht mehr. Also wir sind kaputt. Ich bin über dich. Ich geh auch auf das Dach. Ich geh auch auf das Dach. Aua. Hey, wiederbelebt mich mal. Oh, ich hätt's mir verstanden. Aber es könnte sniping sein. Ach, egal. Unter 100 Meter. Kativa hat mich gekriegt. Oh, da, an der Mauer. Was seid ihr denn? Hab mal einmal gehittet. Ich auch. Haben. Haben. Ich heil mich nicht. Was meinst du, Christian? Wo seid ihr? Auf dem Hausdorfer. Auf dem Hoseiter. Ich bin auch auf dem Hoseiter, aber ich seh euch nicht. Wenn ich alt drücke. Oh, schau. Von hinter uns. Achtung. Achtung. Nee, nee. Da, wo du stehst. Oh, okay. Er kommt zu mir rüber. Weißt du, das Problem ist das hier, wenn wir runterspringen? Nee, das geht schon, aber... Oh, ich falle. Ich bin auch. Uh, uh, uh. Ich versuche mal, ausdorf und weisen auszugehen. Ui, ui, ui. Oh, ich getrunzt. Da kann sich auch keiner holen, dummerweise. Hm? 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 Noch ein Loserteam ist das jetzt. Egal. Ist das jetzt Operation Extract Team? Little Phones? Ah, leveler landen. Oh, wie leck. Ich hab zerstört, noch zwei getötet. Oh, ist jetzt der Platz. Nice. Das ist so schön. Da rechts. Ah, okay. Okay, geil, okay. Hm. 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 Ja. Ja. Zweitwohre in den Bäumen irgendwo. Hat keine Tumatierung. Der hockt da, genau. Schießt auf uns rein. Genau. Hehehe. Hehehe. Den Helden, die wir abgesetzt haben, weißt du schon mal. Ja. 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 Da ist noch einer, oder? Liegt da die Leiche nochmal? Ein Logger. Da. Putze. Putze. Hehehe. Putze. Hehehe. Hehehe. Da kriegt einer. Tut hier oben. Hehehe. 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 Mhm. Hehehe. Oben. Geil. Oh. Das ist echt geil. Oben. Zu weit weg. Wir kommen rein jetzt. Drüber. Achtung. Geil. Geil. Nach raus. Geil Mann. Geil. Was war das? Hehehe. 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 Das Feuer. Oh wow. Einfach gestorben von der Seite. Nein. Hehehe. Hehehe. Ich hab nichts mehr. Lust. Ja. Wiederbelebnis. Hehehe. Wo ist der? Da geht eh runter. Ja. Ich hab schon eine Raketenöffel in der Hand, aber... Boah. Da kommt hinter uns ein Auto. Ich versuch's haut zurück. Gut. Ja. Ah. Hm. Ja. Keine Raketen mehr jetzt. Gut. Gut. Geil ins Haus. Ja. Hehehe. Hey. Hier rein. Ja. Ah. Hehehehe. Ne. Das steht in der Gaul. Ja. Ja. Das steht in der Handy, direkt so nimmst. Und das ne. Echt? Ja, geil. Oh, ich bin tot! Sonst haben wir keine selbe Gewirkung von dahin gehen und da zu. Das sollte man da leider einbringen. Ja. Mein Federfühl. Ja, Schüsse gehen weiter. Wo ist denn da die Zorro wie rausgekommen? Ja, ich werde einfach diese Leute töten. Neeeeh. Oh. Oh, jetzt ist der Fekt. 12 Uhr. Rappen, 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 Rappen. Rappen, 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 Rappen. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Okay, ich werde noch so ein anderes Auto machen. Oh, was ist denn hier los? Bzzzzzzzzzz Two guys called out of the straderoon Ist das noch nicht? Fuck, I have to reload, there is one more left Hey, in fact we think it's a wreck launcher, dude We should shoot him to the car Ehh, for new candy No carousel Does anyone want to take a ride on the Hummingbird again? Or just a mohove? I forgot who he spotted us And then no one hits People in your backyard, dude Don't have my body Where is the fuchs going? I'd rather go on the fuchs first The fuchs is still there Really? Yeah Okay, a slight damage Then the fuchs is still there The fuchs is still there We can't do it We can save you Like a fuchs